Hallo und herzlich willkommen zu dieser speziellen Weihnachtszeit. Haben Sie Probleme mit Ihren Weihnachtskauffern? Denn du siehst es online. Ich freue mich auf einige erstaunliche Produkte auf unserer Website. Wir haben was Sie brauchen. Benochtigen Sie ein Geschäft für Ihre Tochter. Egal ob Ihre Tochter ist 10 Jahre alt oder 20 Jahre alt. Schätzen Sie das. Es ist ein Tablet. Das Ding ist völlig Standardtechnik. Ihr Sohn, Tochter, Frau, Mann, Großmutter oder Schweigermutter würde lieben das. Das es gibt noch mehr. Wir haben dieses alte Handy. Es sind hier. Es ist so robust, dass man nicht einmal brechen kann, wenn Sie versuchen. Es ist viel besser, denn das iPhone, ja? Aber das Beste ist letzte. Wir haben auch diese Nachtsichtbrille. Diese Hightech-Brille wird Ihnen helfen, in diesen dunklen Nachtschen zu sehen, wenn Sie nackt Ihre Schlüssel finden können. Ihr seid in einer Schlange stehen. Komm hier so. www.kaufenlagersorgdingermorddiscounteinzelhandelbakeryelektronikgeschafftschnappen.com Unser Produkt ist der Bomber. Mein Gott!